Richard Stoker wurde durch eine grausame Laune des Schicksals aus unserer Mitte gerissen. Betet um Stärke für Richards Frau und Tochter. India, komm und begrüß deinen Onkel Charlie. Du siehst aus wie mein Vater. Ich weiß nicht, was du glaubst, gesehen zu haben. Vielleicht könnten wir darüber sprechen, dass du hier auf diese Weise mit Charlie zusammenlebst. Menschen können einfach so verschwinden. Sie ist alt genug. Alt genug, wofür? Ich hab mich oft gefragt, warum bekommen wir Kinder? Und ich bin zu dem Schluss gekommen. Wir wollen jemanden, der es dieses Mal richtig macht. Wer bist du? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Wer bin. Wer wird? Wer ist?